Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema Grammatiken. Wir wollen uns nun genauer anschauen, wie das mit den Ableitungen funktioniert, wie wir also bestimmen können, ob ein bestimmter Ausdruck, der uns gegeben ist, von einer Grammatik erzeugt wird oder nicht. Im vorletzten Video sind wir noch so vorgegangen, dass wir ein bisschen mit der Grammatik herumgespielt haben und willkürlich irgendwelche Ableitungsregeln angewandt haben. Aber das ist nicht die Fragestellung, mit der man das typischerweise zu tun hat. Es gibt durchaus verschiedene Fragestellungen im Zusammenhang mit Grammatiken. Hier aber soll eine ganz bestimmte im Fokus stehen. Dazu nehmen wir uns eine weitere Beispielgrammatik vor. Die Notationen dieser Art kennen wir nun schon. Wir haben hier also eine Grammatik, die aus den terminalen Zeichen ABC und dem Pluszeichen besteht. Die Ausdrücke, die wir mit dieser Grammatik erzeugen können, bestehen also nur aus diesen vier Zeichen. Ob in einer bestimmten Reihenfolge und einer bestimmten Kombination, werden wir gleich feststellen müssen. Denn das muss uns die Grammatik über ihre Produktionsregeln noch verraten. Wir haben außerdem zwei nicht-terminale Zeichen, die heißen Summe und Summand. Das Startzeichen soll Summe sein. Wir werden also unsere Produktion immer mit dem Zeichen Summe beginnen müssen und von da aus dann gucken, was wir produzieren können. Auf die Farben habe ich, wie im letzten Video angekündigt, verzichtet. Wir kommen jetzt noch ohne diese klar, denn wir wissen ja über die Mengenangaben jeweils, was Terminale und was nicht-terminale Zeichen sind. Wir haben dann zwei Produktionsregeln. Diese sind in der Notation angegeben, wie im letzten Video erklärt, also Mengenklammern drumherum. Jede Regel in einer Zeile beginnt mit der Nummer der Produktionsregel, also P1 bzw. P2. Die Regel P1 besagt, dass wir Summe ersetzen können durch entweder Summand oder durch Summand, gefolgt von dem Pluszeichen, gefolgt von Summe. Wir haben wieder den senkrechten Strich, der die beiden Alternativen kennzeichnet und wir sehen in der zweiten Alternative erstmals, dass dort nicht ausschließlich nicht-terminale oder ausschließlich terminale Zeichen stehen, sondern eine Mischung aus beidem. Summand ist ein nicht-terminales, das Pluszeichen ein terminales und Summe wieder ein nicht-terminales Zeichen. Die Regel P2 besagt, dass wir Summand ersetzen können durch eines der terminalen Zeichen, immer nur eines davon. Die Alternativen sind A oder B oder C. Eine typische Fragestellung, die man im Zusammenhang mit einer solchen Grammatik haben kann, besteht darin festzustellen, ob ein gegebener Ausdruck zu der Sprache gehört, die von dieser Grammatik erzeugt wird, sprich, ob es eine Folge von Ableitungen gibt, die beginnend bei dem Startsymbol, also bei Summe, durch fortwährende Anwendung der Produktionsregeln P1 und P2 den gegebenen Ausdruck erzeugt. Der erste Ausdruck, den wir uns angucken wollen, ist A plus B plus C plus A, der zweite ist A plus BC plus A. Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir versuchen, durch eine geeignete Folge von Anwendung der Regeln P1 und P2 aus Summe diese Ausdrücke zu erzeugen. Damit hätten wir dann den Beweis geführt, dass der Ausdruck zu der Sprache gehört. Wenn wir hingegen die Hypothese haben, dass sich der Ausdruck nicht erzeugen lässt, müssen wir dies ebenfalls beweisen. Dabei müssen wir anders vorgehen. Wir können nicht einfach sagen, dass wir einmal einen Weg gegangen sind, der nicht zum Ziel geführt hat, sondern wir müssen argumentieren, warum der Ausdruck nicht erzeugt werden kann. Dem wenden wir uns als zweites zu. Als erstes nehmen wir uns den Ausdruck A plus B plus C plus A vor und versuchen zu zeigen, ob und wie sich dieser Ausdruck aus dem Startsymbol erzeugen lässt. Wir beginnen also mit Summe und wenden jetzt die Regeln an. Wir haben unser Ziel immer vor Augen. Wir wollen zu A plus B plus C plus A gelangen. Da müssen wir immer ein bisschen vorausschauen und gucken, was wir machen könnten, was unsere Regeln ermöglichen, um dem Ziel etwas näher zu kommen. Gucken wir einmal in die Regeln hinein. Die Regel 2 erzeugt offenbar nur die Buchstaben A, B und C. Mehr kann die nicht machen. Sie erzeugt diese Buchstaben aus dem Zeichen Summand und sie erzeugt aus dem Zeichen Summand immer nur einen dieser Buchstaben. Wir sehen, dass unser Ausdruck, zu dem wir hinwollen, auch nur diese Zeichen sowie mehrere Pluszeichen enthält. Die Pluszeichen können wir mit der zweiten Regel offenbar nicht erzeugen. Wir sehen aber in unserer ersten Regel P1, dass ein Pluszeichen erzeugt werden kann, aber leider nur ein einziges. Die Frage ist also, wie wir es hinbekommen, dass wir diese drei Pluszeichen mit dem Zeichen dazwischen produzieren können, so dass wir diese einzelnen Zeichen dazwischen hinterher durch A, B und C in geeigneter Weise ersetzen können. Dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Wenden wir doch als erstes einmal die Produktionsregel P1 auf die Summe an. Wir machen das fast genau wie beim letzten Mal. Wir malen den Pfeil dahin. Wenn wir eine solche Ableitung durchfielen, kommt hier nie Doppelpunkt, Doppelpunkt gleich, sondern ein Pfeil. Das hatten wir auch im vorletzten Video schon so gemacht. Hier sehen wir jetzt noch einmal, wir schreiben das Startzeichen vorne hin, zeichnen dann einen Pfeil, schreiben rechts davon unseren aktuellen Ausdruck, wie er jetzt nach der Anwendung einer Regel aus Summe entstanden ist. Welche Regel wir dabei angewandt haben, schreiben wir über den Pfeil. Das hilft unseren Tutorinnen und Tutoren bei der Korrektur und euch, wenn ihr bei der Klausurvorbereitung noch einmal verstehen wollt, was ihr in der kommenden Woche gemacht habt. So sieht man immer gleich, aha, hier ist Regel P1 angewandt worden. Welche Alternative wir verwendet haben, müssen wir hier nicht dazu schreiben. Das wäre dann doch ein wenig zu viel des Guten. Jetzt haben wir auf der rechten Seite Summand plus Summe stehen. Wir wissen aber, dass wir insgesamt in dem Ausdruck A plus B plus C plus A drei Pluszeichen brauchen. Überlegen wir einmal, welche Möglichkeiten wir haben. Wir könnten Summand nur nach A, B oder C ableiten. Das schadet vielleicht nicht, aber vielleicht kümmern wir uns erst einmal darum, ob wir überhaupt diese ganzen Pluszeichen erzeugen können. Wir könnten ja auch als nächstes schauen, was wir mit Summe machen könnten. Und da sehen wir in der Regel P1 genau die gleiche, die wir eben auch angewandt haben und wieder die gleiche Alternative, nämlich die zweite, dass wir die wieder anwenden können. Und wenn wir das tun, wird Summe ersetzt durch Summand plus Summe. So steht das in der zweiten Alternative der Regel geschrieben. Durch erneute Anwendung der Regel P1, wir malen wieder einen Pfeil und schreiben P1 darüber, ist also nun der Ausdruck Summand plus Summand plus Summe entstanden. Und wir sehen, dass wir hier zwei dieser Pluszeichen schon einmal beisammen haben. Warum gelingt uns das? Das ist genau die Rückbezüglichkeit, von der ich in vergangenen Videos schon gesprochen habe. Weil in der Regel P1 das Zeichensumme auf der rechten Seite wieder auftaucht und es links von dem Doppelpunkt Doppelpunkt gleich auch steht, können wir so eine Art Aufbaustrategie verfolgen. Zug um Zug können wir immer mehr solcher Zeichen dazugewinnen. Zwei Pluszeichen haben wir, aber das reicht noch nicht. Also gäbe es doch vermutlich Dümmeres, als jetzt noch einmal Summe durch Summand plus Summe zu ersetzen. Also machen wir das noch einmal. Dann haben wir jetzt wieder die Regel P1 angewandt. Wir schreiben das wieder über den Pfeil. Auf der rechten Seite steht nun Summand. Das haben wir beibehalten von eben. Plus Summand. Auch das haben wir beibehalten von eben. Plus. Und da haben wir nun Summe ersetzt durch Summand plus Summe. Und nun sieht der Ausdruck schon gar nicht so schlecht aus. Er ist gar nicht so unähnlich zu dem, was wir als Ziel erreichen wollen. Die drei Zeichen Summand können wir nun jeweils zu einem terminalen Zeichen ableiten. Aber ganz hinten steht noch einmal Summe. Was können wir damit machen? Summe können wir nicht nach A, B oder C ableiten. Das geben unsere Regeln nicht her. Aber die Regel P1 können wir auch in ihrer ersten Geschmacksrichtung verwenden. Das heißt, wir ersetzen Summe dieses Mal durch Summand. Das ist die erste Alternative, die die Regel P1 uns zur Verfügung stellt. Wir haben hier also nun Summand plus Summand plus Summand plus Summand. Und nun können wir die Regel P2 anwenden. Für den ersten Summanden wenden wir die erste Alternative an. Er wird also nach A abgeleitet. Warum? Nun, wenn wir uns den Zielausdruck ansehen, sollte klar sein, dass alles andere uns nicht zum Ziel führen würde. Für den zweiten Summanden werden wir die zweite Alternative anwenden, weil wir dort das B erzeugen wollen. Für den dritten Summanden wenden wir die dritte Alternative an, weil wir das C erzeugen wollen. Und für den vierten wenden wir wieder die erste Alternative an, weil wir da noch einmal ein A erzeugen wollen. Damit haben wir jetzt A plus B plus C plus A, weil wir gerade geschickt die passenden Regeln herausgepickt und angewandt haben. Damit haben wir den Beweis geführt, dass A plus B plus C plus A zu der von der Grammatik erzeugten Sprache gehört. Denn wir konnten eine Folge von Produktionsregeln angeben, wie wir aus dem Startzeichen beginnend den gesuchten Ausdruck produzieren konnten. Das ist der Beweis, den wir gerade geführt haben. Also wissen wir nun, dass der Ausdruck A plus B plus C plus A Bestandteil der Sprache ist, die von dieser Grammatik erzeugt wird. Im letzten Schritt habe ich eine kleine Abkürzung eingeführt. Streng genommen müssten wir jetzt viermal hintereinander immer die Regel P2 anwenden. Es ist aber zulässig, dass wenn wir dieselbe Regel mehrfach anwenden, auch in unterschiedlichen Alternativen, wir das in einem Schritt zusammenfassen können. Das schreiben wir dann entsprechend auch über den Pfeil, also nicht nur, welche Regel wir verwendet haben, sondern auch wie oft. Unterschiedliche Regeln hingegen dürfen wir nie zusammenfassen. Wenn wir P1 und P2 anwenden wollen, müssen wir das nacheinander tun. Auch können wir nur zusammenfassen, wenn schon alle entsprechenden Zeichen vorhanden sind. Wir hätten also nicht die ersten vier Schritte zusammenfassen können zu viermal P1, weil dann vollkommen unklar gewesen wäre, was da wie ersetzt werden sollte. Jetzt wollen wir uns den zweiten Ausdruck angucken. A plus B, C plus A. Auch hier könnten wir wieder die Grammatik hernehmen, beliebig lange herumprobieren und feststellen, dass wir diesen Ausdruck niemals erzeugen können, egal wie wir es versuchen. Aber das ist kein Beweis. Es reicht nicht, dass wir es stundenlang versuchen. Um einen Beweis zu liefern, dass dieser Ausdruck nicht zu der Sprache gehört, der von der Grammatik erzeugt wird, müssen wir anders vorgehen. Wir argumentieren stattdessen. Ein Beispiel für eine solche Argumentation habe ich auf dieser Folie angegeben. Man kann sich überlegen, dass ja zwischen den Pluszeichen immer genau ein Summand entsteht. Und Summand kann immer nur nach A oder B oder C abgeleitet werden, immer nur zu einem davon. Das bedeutet, dass die Buchstaben B und C niemals unmittelbar hintereinander stehen können, sondern immer ein Pluszeichen dazwischen stehen muss. Das ist das Kernargument, das wir hier anbringen können. Diese Art und Weise, wie wir gerade die Ableitung vorgenommen haben, ist eine Möglichkeit, das aufzuschreiben. Sie ist mit relativ viel Schreibaufwand verbunden, vor allem, wenn man das auf Papier macht. Wenn man das am Computer macht, ist das recht einfach, indem man immer nur die letzte Zeile kopiert und dann nur das oder die Zeichen ersetzt, das bzw. die man gemäß der gerade angewandten Produktionsregel gerade ersetzen möchte. Ich möchte nun noch eine andere Darstellungsform vorstellen, die auch eine gewisse Übersichtlichkeit mit sich bringt. Das sind sogenannte Syntaxbäume. Das Vorgehen bei den Syntaxbäumen ist ganz ähnlich zu den Ableitungen. Eben nur die Art, wie wir das aufschreiben, ist ganz anders. Wir führen hier die gleiche Ableitung von eben einmal mit dieser Technik durch. Rechts habe ich noch einmal die Grammatik aufgeschrieben, damit wir die wieder vor Augen haben. Hier beginnt man ganz oben und notiert dort das Startzeichen, also Summe in unserem Fall. Nun wenden wir eine der Regeln an und zeichnen dazu Pfeile, die aus diesem Zeichen herausgehen. Und an die Enden dieser Pfeile schreiben wir die Zeichen, die jetzt produziert worden sind. Im ersten Schritt wollen wir die Regel P1 anwenden. Aus unserem Zeichensumme entsteht jetzt Summand, das Pluszeichen und Summe. Das sind drei verschiedene Zeichen, ein nicht-terminales, ein terminales und noch ein nicht-terminales. Und wenn drei Zeichen aus diesem einen Zeichen entstehen, müssen wir dort drei Pfeile malen. Das erste ist der Summand, das zweite ist das Pluszeichen, das dritte ist die Summe. Das sind unsere drei Zeichen, die nun erzeugt wurden. Die terminalen und nicht-terminalen Zeichen sollte man immer unterschiedlich kennzeichnen. Ich habe das hier mit Farben gemacht. Ihr könnt aber auch Rechtecke um die nicht-terminalen und Kreise um die terminalen Zeichen machen, ganz wie ihr wollt, nur unterscheidbar müssen sie sein. Oben aus diesem Knoten müssen also immer so viele Pfeile herausgehen, wie neue Zeichen entstehen. Und jedes der neuen Zeichen steht einzeln und ist deutlich von den Nachbarn abgegrenzt. Aus Summe entstehen hier insgesamt drei neue Zeichen, deshalb gehen dort drei Pfeile heraus. Und unterhalb von Summe sehen wir nun drei neue Bubbeln. Jetzt können wir weitermachen. Die Reihenfolge, wie wir vorgehen, ist wieder beliebig. Wir hätten auch vorhin in einer anderen Reihenfolge vorgehen können. Hier möchte ich jetzt für das erste Zeichensummand die erste Alternative anwenden, also daraus ein A erzeugen. Damit sehen wir, dass wir den Anfang unseres Ausdrucks schon haben, A und das Pluszeichen. Nun kümmern wir uns um den Rest des Ausdrucks. Wir haben da noch das Zeichensumme stehen. Darauf wenden wir eben die zweite Alternative der ersten Regel an. Aus Summe entstehen wiederum drei Folgezeichen. Denn Summe ersetzen wir wieder durch Summand, das Pluszeichen und Summe. Nur aus blauen Knoten führen Pfeile heraus, denn das sind ja die nicht-terminalen Zeichen hier. Da terminale Zeichen, die orangefarbenen, nie abgeleitet werden können, können aus ihnen auch keine Kanten herausführen. Wieder führen aus Summe drei Pfeile heraus, da wieder drei neue Zeichen entstanden sind. Jetzt können wir den Summanden wieder ersetzen, indem wir die zweite Alternative der Regel P2 anwenden, also Summand durch B ersetzen. Dann knöpfen wir uns den nächsten blauen Knoten vor. Summe kann also jetzt wiederum durch drei Folgezeichen ersetzt werden, nämlich Summand, das Summ-Plus-Zeichen und Summe. Das Zeichen Summand wiederum können wir ersetzen durch das C. Und Summe können wir nun ersetzen durch die erste Alternative von Regel P1, nämlich durch Summand. Dann können wir dieses Zeichen Summand noch einmal durch das A ersetzen. Nun haben wir keine blauen Knoten mehr, die noch nicht abgeleitet wurden und damit sind wir fertig. Wenn wir da nun genau hingucken und versuchen, das von links nach rechts zu lesen, steht dort A plus B plus C plus A. Das ist genau der Ausdruck, den wir erzeugen wollten. Hier fehlen jetzt noch die Angaben, welche Regeln wir wo angewandt haben. So ähnlich, wie wir das eben gemacht haben, schreiben wir die auch hier immer dran. Dafür müssen wir nicht an jedem Pfeil die Regel schreiben, sondern immer nur unterhalb des Knotens, den wir gerade explodieren lassen. Dort schreibt man einmal die Regel hin, also unter Summand, ganz oben beispielsweise nur einmal P1 und nicht dreimal an jedem der Pfeile. Wenn man das jetzt noch ein bisschen unübersichtlich findet, kann man diese Knoten, die die Terminalenzeichen enthalten, auch einmal nach unten ziehen und dann sieht das Ganze so aus. Dann kann man diesen Ausdruck etwas leichter ablesen. Bei dieser Darstellungsform mit den Syntaxbäumen schreibt man sich gegenüber der zuerst vorgestellten Variante eine Menge Schreibarbeit. Dafür muss man hier ein bisschen mehr malen. Welche Methode man verwendet, ist letztlich Geschmackssache, aber beide Methoden sollte man beherrschen. Und beide Methoden werdet ihr beherrschen müssen, weil ihr in der Klausur nämlich zeigen müsst, dass ihr beide könnt. Deshalb üben wir das auch noch auf den Aufgabenblättern und in den Übungen. Diese Bäume, die wir gerade gesehen haben, kommen euch vielleicht ein kleines bisschen vertraut vor. Wir hatten neulich schon über Graphen gesprochen. Das war im Zusammenhang mit dem Algorithmus zur Ermittlung der kürzesten Wege. Was waren noch einmal Graphen? Graphen bestanden aus Knoten. Das waren diese Bubbeln, die neulich ungefärbt und grün und blau waren. Hier sind sie also blau und orange gewesen. Und diese Knoten sind untereinander mit Linien verbunden. Das waren die Kanten. Hier haben wir an den Kanten auch noch Pfeile. Die hatten wir neulich nicht. Wenn das Pfeile gibt, nennt man das einen gerichteten Graphen. Ein Baum ist dann eine bestimmte Art von Graphen, nämlich einer, in dem es keine Kreise gibt, wir also nicht irgendwie im Kreis herumlaufen können. Hier haben wir es, um ganz genau zu sein, mit einem gerichteten Baum zu tun. Hier kann man immer nur oben starten und entlang der Pfeile zu jedem der anderen Knoten kommen. Aber man kann niemals zu einem vorhergehenden Knoten zurückkehren. Und es gibt auch immer nur genau einen Weg zu jedem Knoten hin. Wir haben auch schon ein Beispiel für einen ungerichteten Baum gesehen. Das war nämlich der Teilgraph, der am Ende des kürzesten Wegealgorithmus blau gefärbt war. Aber das will ich aber an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Bei diesen Graphen, die Bäume sind, haben wir einen ausgezeichneten Knoten, den man als Wurzel bezeichnet. Das ist bei uns das Startsymbol, der Punkt, von dem unsere Ableitungen beginnen. In der Informatik wachsen Bäume üblicherweise nicht in den Himmel, sondern in die Erde. Daher befindet sich die Wurzel bei uns oben und der Baum wächst von dort aus nach unten. Von der Wurzel aus gibt es dann also immer genau einen Weg zu jedem anderen Knoten, insbesondere auch zu all den orangefarbenen Knoten. Aus den blauen Knoten gingen immer noch Kanten heraus, aus den orangefarbenen Knoten hingegen nicht. Solche Knoten, aus denen keine Kante mehr herausgeht, aus denen also kein Ast wächst, nennt man Blätter. Im Syntaxbaum, wie wir ihn gerade kennengelernt haben, sind die Blätter also immer die terminalen Zeichen und die inneren Knoten, also die Knoten, aus denen noch Kanten herausgehen, sind immer die nicht-terminalen Zeichen. Die Pfeile entsprechen jeweils den Produktionsregeln, wobei in der Regel mehrere Pfeile zusammengenommen nicht ein einzelner Pfeil einer Produktionsregel entsprechen. Damit wissen wir nun so ziemlich alles, was wir zum Thema Ableitungen wissen müssen. Als nächstes werden wir uns der Aufgabe zuwenden, dass wir ein gegebenes Problem haben und dazu eine Grammatik entwerfen wollen. Um bei dem Beispiel zu bleiben, mit dem ich das Thema begonnen hatte, wie gehen wir vor, wenn wir als Aufgabe gestellt bekommen, eine Grammatik für Kalenderdaten zu erstellen? Dann müssen wir erklären, was ein Kalenderdatum sein soll und das formal aufschreiben. Für dieses Beispiel haben wir das natürlich schon gesehen, weshalb wir das an einem anderen Beispiel machen wollen und in den Übungen an weiteren. Das ist der anspruchsvollere Schritt, den wir nun noch vor uns haben. Bis jetzt haben wir eine gegebene Grammatik gewissermaßen nachgespielt. Im Folgenden wird die Aufgabe sein, selber eine Grammatik zu entwerfen. Das erfordert eine gewisse Kreativität, aber auch dafür gibt es Strategien, wie man ein solches Problem angeht. Tschüss, bis zum nächsten Video.